Kann Hamza runterbringen, ein Mermi, bring ein Hamza runter? 100 Prozent. Hamza frisst die Mermis. Du willst, du willst, du willst. Hamza, Hamza, zeig mal einmal jetzt richtig, wie würdest du mit Kurt Ibu machen? Du willst mit Waffel kommen, ha? Ole, meinst du, ich kümmere mich an dich? Was? Jürgen, wenn der Wähler schlägt zwei, drei Leute fertig. Warum kommst du nicht an? Ole, Ole, Wallah schäm dich. Kurt Ibu war in Berlin. Der war sogar vor diesem Diamant. Der war vor dem Ding. Ich wollte es nicht zu kommen. Du redest so groß. Wallah, die Menschen hier drin, die haben schon gesehen. Ich wollte alle schämtchen. Hamza, du bist nichts. Du denkst, du bist wahr. Wallah, du bist nichts. Danke, Berkai. Sag, ich nimm dich in eine Sekunde auseinander. Sag, Wallah. Sag, ich klatsch dich weg. Sag, Wallah. Wallah, ich klatsch ihn weg. Ey, Ibu. Ibu. Wallah, die meisten kennen Ibu dich. Bitte, ich kenne dich, Habibi. Hey, hey, wo war ich mal die Banatik Kurde? Ich bin die Banatik Kurde. Jäte weiß das, ich sage die Banatik Kurde bin, ya Ars. Du bist keinemani Kurde bin, ya Ars. Du bist keinemani Kurde bin, ya Ars. Hey, ich riefik. Hop, tam Ed. Hey, riefik. Hey, riefik. Hey, riefik. Hey, riefik. Komm nach Berlin, ya Ars. Haram, haram, Ramadan news. Ich werde dich auf Flasche sitzen lassen, ja Arz. Ich werde dich auf Flasche sitzen lassen, ja Arz. Ich werde dich auf Flasche sitzen lassen, ja Arz. Paghello? Ja, du bist kein Kurde. Du bist ein Schande für Kurden. Ja, hör auf damit. Wallah, du bist ein Schande für Kurden. Ich küss euer Herz. Ist das ein Schande für Kurden? Ja, Deyus. Jungs, was gab es zum Mittag? Was gab es zum Mittag? Ja, Deyus bist du überhaupt nicht. Du redest immer die gleichen Wörter. Deyus, Deyus, das, die, ich bin doch Flasche. Barello, Barello, willst du einen Kampf sehen mit denen? Sollen wir das Universum klären für die beiden? Ein richtiger Pitch. Wir würden niemals. Oha! Was hast du gesagt? Du bist ein Pitch. Oha! Was hast du gesagt? Was? Kramp, Haram, nein, der meint das nicht so. Kurt, Ibu, der meint das nicht so. Oha, Ibu! Du bist ein richtiger Pitch, nicht? Oder Spüchonji bist du? Oha! Du bist ein richtiger Bastard. Ich geh raus, du. Ich geh raus, mach mich auf, Mann, du. Oha! Ich dich, ja, Pimmel, ja. Ich denk da, wer... Haram, Haram, Hamza, Ramadan, wir fast noch. Vallahi Haram. Nein. Vallahi, ich soll nicht so machen, ich bin jemint an. Ich nämlich, was, wir haben da, wallah. Ich schmiede, was, ich schmiede. Ich schmiede. Ich schmiede, was, ich schmiede. Ich schmiede. Ich schmiede. Ich schmiede. Ich schmiede. Ich schmiede. Ich will dir was sagen, Barero, jetzt fick ich den. Dieser Hund, wie redet der ja? Weißt du, was Pich bedeutet? Was? Weißt du, was Pich bedeutet? Dieser ehrenlose Hund. Was bedeutet das genau? Wallah, ich hab Schock gekriegt gerade. Nein, du gibst ihm zu viel Gesicht. Ich schwöre, du gibst ihm zu viel Gesicht. Nein, aber ich gib dir Gesicht. Aber guck mal, du erlaubst, du erlaubst mit dir so reden? Ich werde auf seinen Kopf treten, diese Stafeler. Lass mich nicht beleidigen. Du Hund, wer bist du? Wegen Geld ist okay, was du machst. Du ehrenloser. Weißt du, was das Ding ist? Du zeigst viel Gesicht und du erlaubst, mit dir so zu reden, dann darf jeder so reden. Weil wenn einer das macht, dann macht jeder. Nein, keiner kann. Keiner kann. Und dieser Pich will ich packen. Sag was? Der ist ein richtiger Pich. Ich weiß sogar seine Adresse. Ich weiß genau, wo er wohnt. Warte ab. Ich werde dir beweisen. Du Hund. Was ist das, ja? Oder 40-Jähriger steht vor dir und du redest das Pich? Oder du bist der größte Pich? Wallah, schämt er sich nicht? Nein. Nein, Baralo. Hör auf damit. Aber weißt du, warum? Weißt du, warum? Er nennt dich dies, er nennt dich das, das. Du sagst nichts. Dann denk das nicht, okay. Ich hab niemanden. Guck mal. Guck mal, Spaß auf eine bestimmte Linie. Aber der hat sich heute gerade wieder gebildet. Was für eine Linie? Wir sind nicht mit Marta. Ich verstehe nicht. Er ist eine richtige. Er hat sich gerade bewiesen. Dafür wirst du gerade stehen, Junge. Ich sag dir das. Kürtübo wird dich dafür geraten. Wenn Kürtübo nicht macht, werden wir sehen. Vielen Dank. Er ist noch komplett übertrieben, ne? Ja, lass mir einen Anruf machen. Verlass. Lass mal ganz kurz einen Anruf machen. Mach einen Anruf, bitte. Er hat nichts gemacht. Ich weiß. Er macht Anruf. Er schickt Leute zu dir jetzt. Ich hab auch Familie, Habibi. Ich hab auch eine große Familie. Ich bin von Ramo-Familie. Ich ruf jetzt meine... Oh Allah, du bist aus Ramo-Familie? Ich ruf auf meine Mutter. Ich ruf auf Koran. Wenn er jetzt seine Leute ruft, ich ruf auch meine Cousins. Oh Allah. Wenn er nicht alleine kommt, ich kann auch meine Cousins rufen. Aber warum hast du ihn so genannt? Was hast du dir angetan? Wanda, er regt mich auf. Er regt mich auf. Wegen? Wanda, wenn er seine Leute ruft, ich ruf auch meine Leute. Ich ruf auch meine Cousins. Ja, aber warum hast du am Anfang ihn so genannt? Warum hast du ihn... Guck mal. Oh Allah, du hast den Fehler gesagt. Rufst du deine Leute an? Du bist ein... Ich ruf auch meine Cousins an. Ruf deine Leute an. Du ehreloser Bastard. Ruf deine Leute an. Du bist ein Huchensum. Du bist ein Bastard. Wie redet er, ja? Lass mal Mädchen. Komm. Wanda, was denkt er? Er sagt Bastard und so. Er ist selber ein Bastard. Habib, ich hab Saadu Familie hinter mir. Ich hab Rammo Familie hinter mir. Was denkt er, wer ist? Wanda. Ich schwöre auf Koran. Ich mach einen Anruf. Ganz Saadu Familie steht hinter mir. Wanda. Ja, lass Mädchen. Ich schwöre auf Koran. Ganz Saadu Familie steht hinter mir aus Berlin. Wallahi. Ihr seid Schande für eure Nationalität. Halt deine Fresse, warum du? Okay, tut mir leid, Abi. Ich schrei, Airi. Nicht du. Nicht du. Der andere. Rede nicht. Flava, danke. Ja, okay, Abi. Ich hab Fehler gemacht. Rät nicht so mit mir. Tut mir leid. Guck mal, Wallahi, wenn er seine Leute ruft, ich ruf auch meine Leute. Ist kein Problem. Wallahi, wenn er nicht alleine kommt, ich ruf auch meine Leute. Ich will alleine gegen ihn kämpfen. Ich will alleine mich mit ihnen anlegen. Aber er ruft seine Leute. Er kann nicht ohne seine Leute. Aber warum hast du ihn so genannt? Also nur beantworten. Einfach so, weil er frech ist. Einfach so, weil er frech ist. Soll er seine Leute rufen? Ich hab 3000 Mann hinter mir. Wallahi. Jetzt, wenn ich will, jetzt, wenn ich will, ich frage, ich frage, ich frage, da ist die Risham und so, die nehmen ihn auseinander, Habibi, wenn er seine Leute ruft. Wallahi. Aber er ist auf Mutter gegangen. Du bist nicht auf Mutter gegangen. Ja, er ist auf Mutter gegangen. Wallahi, ich hab meine Cousins hinter mir. Wallahi, ein Anruf, ich schwöre auf Bran, ich hol Kalaschnikow. Ich schwöre auf meine... Ey, aber seit wann redest du über Cousins? Du warst der Einzige, der über sich selber geredet hat. Ja, aber wenn er, wenn er, wenn er mit seinen Leuten kommt, komme ich auch mit meinen Leuten, Habibi. Denkst du, ich gehe alleine dahin oder was? Jürgen, wir sind Möhner, wir gehen alleine oder nicht? Nein, ich gehe nicht alleine. Wenn er seine Leute ruft, rufe ich auch meine Leute. Ich rufe auch meine Leute an. Warum soll ich mich angreifen lassen von Leuten, von seinen Leuten? Wallahi, ein Anruf. Und wer ist passiert? Ein Anruf. Ich schwöre Kalaschnikow. Ich schwöre auf meine Mutter. Wallahi. Wow, tschöre mal ein bisschen jetzt. Wallahi, es ist doch nicht Krieg, Junge. Ja, er soll ruhig sein. Er soll leise sein. Er soll nicht denken, er kann immer mit seinen Leuten kommen. Das ist alles nur Spaß. Das ist TikTok. Er soll nicht übertreiben. Wallahi. Er soll nicht übertreiben. Er kennt auch alle meine Cousins. Er kennt alle meine Cousins. Junge, es gab genug Kriege, wo man sich beweisen könnte früher. Ja, er soll leise sein. Er soll nicht sagen, ich rufe irgendwelche Leute und so. Wallahi, wenn er meine Eltern beleidigt, ich beleidige auch seine Eltern. Und du weißt, er hat angefangen Eltern zu beleidigen. Du hast gerade gehört, oder? Er hat angefangen, aber du hast angefangen zu beleidigen, aber er ist auf Eltern gegangen. Aber ich habe ihn beleidigt. Ich habe nicht seine Eltern beleidigt. Er ist auf Eltern gegangen. Ich habe ihn nicht übertreiben. Habibi, ich bin die Barisische Kode. Wallahi, ich bin von Rammu Familie, Habibi. Denk, einer kann mir was. Was konnten werden gezeigt. Komm alleine. Er soll alleine kommen. Er soll nicht seine Landsleute. Gut like, Gott. Gerne, gut, wir kommen. Gut, malt war. Ich hatte ... Untertitelung des ZDF, 2020